Sie schützen vor Hitze, grellem Licht und UV-Strahlen. Gardabauers Spezialfolien für Glas. Das erfahrene Unternehmen aus Innsbruck bietet farblose oder getönte Sonnenschutzfolien für verschiedenste Einsatzbereiche. In Büro- und Privaträumen schaffen Sie ein angenehmes Raumklima, in Schaufenstern und Museen schützen Sie Waren und Objekte. Die Produkte punkten mit Langlebigkeit und Effizienz, was der Betrieb mit einer Qualitätsgarantie gewährleistet. Einmal montiert sind die Folien leicht zu reinigen und benötigen keine spezielle Wartung oder Pflege. Auch zahlreiche renommierte Firmen und Institutionen wie Swarovski oder das Bundeskanzleramt schätzen die Dienste von Markus Gardabauer. Aufgrund der erheblichen Energieeinsparung können sich die Anschaffungskosten bereits innerhalb von zwei Jahren amortisieren. Gardabauer – optimaler Schutz und modernes Design. Weitere Informationen finden Sie auf www.gardabauer.at. www.gardabauer.at. Untertitelung des ZDF, 2020